Du bist automatisch an den Start gesetzt. So viel Glück. Boah, Alter, hat das lange gedauert. Was ist das dann? Ja, du hast einen schnellen Start gehabt. Ey, was soll ich jetzt machen? Das geht immer, weil du raus bist, gell? Ja, genau, wenn man rausfliegt, kann man entweder in den Früh oder in den Spät stehen. Ja, Alexi, spring hin, hast du auch. Ach du Scheiße, Digga. Der Start des Jahrtausends. Ach, wer macht mir den Heathcorespick, der die macht einen ganz blühen, der wird. Angelo hat Softs vorne. So eine Scheiße, ey. So eine Scheiße, ey. So eine Scheiße, ey. Das wird mal so leicht, aber was soll ich machen? Gar nichts. Alter. Ja, der Ende ist gut, Alexi, du kannst gut wegfahren. Ich halbe gleiche, ganz verkehrt. Ja, Flo, ja vorne hat mich gerade auch aufhalten. Der Kluft, um zu gasen, ist da mich ja nicht groß. Ah, ja. Loll. Oh, shit. Alexi, ich glaube, der Setup war nicht gut. Bei mir geht's. Ich hab fast jetzt nur 20%. Ja, ich hab auch so viel Prozent. Ich hab so. Ne. Macht einfach keinen Spaß, mit einem kaputten Flügel hier im sogenannten Sektor. Das ist so ätzend. Was auf meiner Seite. Was für Räfer hast du, Alexi. Super soft. Ja, aber hast du nicht nur den rechten kaputten. Wie viel Prozent hast du? Kann ich gar nicht gucken. 30. Alter, das ist voll kacke. Von dem... ... 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